Und wo fahrt ihr hin? Kommune 1, Berlin. Seid ihr Musiker? Alle Menschen sind Musiker. Echt? In jedem Menschen ist ein Musiker. Es kommt nicht drauf an, die Tonleiter richtig zu spielen. Also, jeder macht Musik. Jeder ist Musik. Macht ihr Musik? Mhm. Wir sind Musiker. Können zwar keine Tonleiter, aber wir leben den Moment. Ja, wir machen auch Musik, aber wir können auch den Tonleiter. Wir haben sogar schon mal ein Tonband aufgenommen. Wir heißen das dritte Ohr. Hier, probier mal. Wir heißen das dritte Ohr. 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 Vielen Dank.